Und damit herzlich willkommen zurück zu Life is Strange. Wir haben ja letztes Mal hier aufgehört und wir werden jetzt, wo mussten wir jetzt hin? Ich glaube zum Café, oder? So, aber wir schauen uns hier erst mal ein bisschen um. Hier gibt es ja wieder einiges zu sehen. Was ist das hier? Ach, das größte, was wir letztes Mal hatten. Ah, hat seinen Job gut gemacht. So, dann gehen wir mal weiter gucken. Wenn noch irgendwas zu sehen ist. Die Tür ist immer noch offen. Ist das da eine Kiste? Joa, schon lustig, ne? Was hat er hier im Bild? Ich kann sehen, dass Samuel interessiert ist, aber... Ist er ein Poster? Wie hat Samuel Fotos von Rachel gepostet? Oh, guck mal. Er hat Bilder von Rachel. Axt ansehen. Ja, den brauchen wir ja jetzt nicht anmachen. Den Sprenger, oder? Essensreste. Na gut, gucken wir uns mal an. Gucken wir mal an. Gucken wir mal an. Ach, sie möchte ja eins fotografieren, ne? So, gehen wir mal weg. Na guck mal. Jetzt ist es am Essen. Hi. Ansehen. Wowzer. It's hard to get this close to a squirrel. Und Foto. Yes. Another Pulitzer for the portfolio. Na. Hübscher. Volle Belichtung. Jawoll. Haben wir das auf jeden Fall schon mal? Ach, guck mal. Hier ist der Football. Can't Blackwell have at least one no-Football-Zone? Ja, wahrscheinlich nicht. So, dann lass uns mal zu Samuel. Ach, guck mal. Vögel. Guck mal, was er sagt. Hey Samuel, you're up early. Oh, hello young Max. I do love the early morning. Everything is so calm and quiet. And I can feel the animals waking up with me. Did you hear? That's one thing I truly love about Arcadia Bay. It's all those cool animals in the forest. The squirrels always come in the morning. For food. I can hear them whisper. What animals do you see in the forest? I saw a tree. Don't laugh, but I saw a doe that seemed to be looking right at me. Like it was trying to communicate. Oh, that's your spirit animal. Nothing weird there except you saw yours. Could be a sign about your destiny. What do I know? My spirit animal is a squirrel. Oh, okay. So, what did you think about that freak snow shower yesterday? Another message from the earth to get our shit together. I will say that Samuel hasn't seen anything like that before. Okay, what's with Rachel? Sorry to pry Samuel, but... Why are there photos of Rachel Amber in your shed? I'm curious about her. Sorry to pry she says while prying. Now everybody wants to know about her. Ahem. Do you want to see? So did you know her? Like I told the police. She was a good egg. And she gave me those photos. Oh, you talked to the police? Rachel wanted to be a model. Yeah. She gave out headshots like squirrels chasing food. Keep on prying, Max. Sounds like you have a lot of time on your hands. I so don't want to get in the way of your morning ritual. See you later. Of course you will. 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 Look at me. Taylor. I don't think I've actually seen Taylor alone without Team Victoria. Hi Taylor. Hi Taylor. Just because you were nice to Victoria doesn't mean I have to be nice to you. Lass es nicht streiten. I don't want to fight with you or Victoria. Instead of smack talk, let's just talk. For once. You're funny. Well, I'm not doing anything at the moment. So talk. Uh, Kate's video. Kate is really upset about the video. All this gossip is cruel. Boo hoo. That's what happens when you preach to everybody about sex. She'll live. Why do you hang out with Victoria? She's pretty mean to you and Courtney. And she's bossy too. Look, you don't know her. I do. And she's one of the best friends you could have. Herrische beste Freunde? I guess I've had mean bossy best friends too. Better than having mean bossy parents. I would love it if my mom was meaner bossy instead of sick. But whatever. We've had our talk. Okay. Okay. So, let's just look. Okay. Unbekannte Nummer. Dies is Nathans Vater. Diese Nachricht sollte ich wissen lassen, dass jeglicher Versuch, meinen Sohn zu diffamieren und zu erpressen, rechtliche Auswirkungen haben wird. Du bist nicht die erste Schülerin Blackwells, die es versucht, aber hoffentlich die letzte. Betrachte dies als letzte höfliche Warnung. Alter. Die Plakette haben wir uns das schon angeguckt? Max! Get over here! Hey! Warren is out and about already too. Looks like he's waiting for somebody. Warren, what are you doing here? Oh, nothing. Waiting? For a call? I mean, I already took the call. Anyway, I wanted to rap about that action yesterday. Das war verrückt. Das war intense. Everything happened so fast. I owe you. Oh, yes you do. I got knocked on my ass by that dick. I'm some personal superhero. You're a real everyday hero. You stood up to a bully and it was awesome. Even though you left me with said bully and ran off with that girl, she's pretty punk rock. How do you know her? Uh, Chloe. Chloe Price. We haven't seen each other in a while. I bet you were glad to see her blast up in that truck like a rockstar. Which begs the question, why is Nathan Prescott getting psycho on you? Mm. Komm, wir sehen uns jetzt. Ach komm, sag mal ja. Ich liebe diese oldschool Ape-Filme. Das war leichter, als ich dachte. Cool, ich werde dir die Info. Und hier mussten wir, glaube ich, raus. Genau, wir fahren jetzt in die City. Oh ja, das hat sicherlich nichts Gutes zu bedeuten, wenn die beiden reden. Musik an, Welt aus. Musik an, Welt aus. Und dann sind sie da. Musik 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 Ist aber mal jemand sehr, sehr müde. Leichturm. So, sind wir angekommen. Alter Mann, Frau, gucken wir doch mal. Wollen wir mal mit ihr reden? Ich bin gerade ausgestiegen. Ja, gucken wir mal, was er hier zu erzählen hat. Chloe. Spät dran, schnapp dir einen Tisch um deiner, Mama füttert dich. Das hoffe ich. Sprechen. Okay, er will nicht reden. Dann lass uns mal kurz hier den Parkplatz angucken, ob hier irgendwas ist. Das haben wir schon mal gesehen. Die ganzen Autos. Was haben wir hier alles? Oh. Das ist der Spaten wieder, ne? Jetzt haben wir das schon mal gesehen. So, gucken wir mal. Ansehen. Erhalte dieses Herzblut von Arcadia Bay. Rettet die Bucht. Beendet die menschengemachte Dürre in der Bucht. Sprechen. 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 Hat sich die Stadt verändert? Da war es deutlich verändert. Doch sie hat ein Leben gel capthellt. Sprechen Sie dann, als ich Rett der Hörschel? Sie haben sich ihr eigenes Boot? Sie haben ihre eigene Boot? Ich kenne sie der Baly High. Ich habe diese帅enser leben geallt. Und die itemische Jahre müssen es Trainer gar lagi sein. Ich dachte, es sei eine der Hauptsport von Arcadia Bay dass ichammacht hätte. Die sollte sie vorhin langen Bucht werden. The Prescotts? The Prescotts here, a lot of bacon eggs. So, let's look at the newspaper. I wonder if they explain that snow. Snow? Well, that's a good start to the story. Okay. The newspaper will soon be retro. Excuse me, Sir? Can you believe this town? The world is on fire and our big headline is snow. I can hardly wait for next week's big story. Clouds! Hmm, 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 hmm. Leben sie schon lange hier? Long enough to know that Arcadia Bay will be a ghost town in a few years. I keep reading how Arcadia Bay is booming. The paper can only talk about that or about missing girls. Rachel Amber? You mean Rachel Amber? Well, I guess. I bet she ran away because she was bored. Who wouldn't be here? Okay. Ja, irgendwie schon ein bisschen recht, oder? Das ist Müll, da ist ein Auto. Oh, wer bist denn du? Ja, hi. Ansehen. Sprechen. Oh, look at you. A fine example of youth. I bet you're a senior student. Yes, I go to Blackwell Academy. I could tell you're a wise young woman. I know all about Blackwell. And this town. Okay, Arcadia Bay. How long have you lived in Arcadia Bay? A thousand years. I've gone through the same changes as the town. Welche Veränderung? What changes to the town? Once it takes a lifetime to see. There's a lot of beauty here, but a lot of darkness, too. Greedy bastards that ruin this town, put people out of work. Out of home. Like me. I'm sorry. Have you ever lived outside of here? Where the hell would I go? I hate the sun and love the mist. I might be homeless, but Arcadia Bay is still my home. Joyce Price? You must know Joyce Price from the Two Whales Diner. She's fed me more than my own family. There's a daughter of your age, who's always in trouble. Married to a real prick. Oh, yeah. Chloe. Have you met Joyce's daughter? Cute girl. Pissed off. So, da bin ich wieder. Entschuldigt die kurze Pause, aber es hat gerade geklingelt. Da musste ich natürlich mal drangehen. So, dann wollen wir mal. Sagen wir mal Rachel Amber. Do you know anything about Rachel Amber? That missing girl? I know she's missing. I know she hung out here a bit. Sometimes I'd see her walking. All by herself, deep in thought. Too damn young and pretty to look so worried. Haben sie mit ihr geredet? Haben sie mit ihr geredet? Da hat sie recht. So? Ja, sehr interessant. Also die kennt sich wohl doch schon ein bisschen aus. Oh, da ist Müll. Müll, Müll, Müll. Müll. Okay. Waschmaschine. Oh. Machen wir mal ein Foto von dem Hundi, wa? Gucke mal. Tagebuch. Ah. Wir haben hier was nicht fotografiert. Würde ich sagen. Ich glaube, da müssen wir nochmal zurück. Firewalk with me. Hier. War das nicht draußen? Hier haben wir die ganzen Menschen, ne? Rachel. Ach. So. So. Da haben wir dann jetzt hier gespeichert. Kann ja mal ein bisschen rennen. Wo ist denn das mit dem Wal? Ach, das ist da. Gucken wir mal. Aber wir brauchen das mit Sonne. Können wir das von der anderen Seite machen? Muss man mal gucken. Es gibt hier keine Sonne. Schild. Da. Ansehen. Braucht noch ein Foto. So. Auch gespeichert. Tabs. Jawoll. Wollen wir das vergessen? Das habe ich noch gar nicht gesehen, ne? Nun gut. Ich würde aber sagen, bevor wir da reingehen, machen wir einmal Cut. Und ich danke euch fürs Zusehen. Woh. Ey. Schub mich nicht. Ich danke euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder mit Life is Strange. Tschüss. Ja.